Ja, das Map ist einfach beispielhaft, wenn du einfach in der Lobby schon tausend Glitches machen kannst. Wir sind echt zu drinnen. Wir sind echt zu drinnen. Okay, ähm, links in die Stadt. Ja, nicht die Tankstelle. Oh doch, die Tankstelle, ja. Ich bin da, ich bin... Alter, ich bin genau vorm Laden. Ich hab ne Schrot. Ich guck mal, ob hier irgendwie ein Auto ist. Ich hab ne Helm. Ist hier einer? Ist hier einer? Ich hab ne Schrot. Nee, nee, ich seh keinen. Okay, nice. Ich hab ne Pistol. Zombie, such dir coole Sachen. Ich hab Schuhe. Nice. Welche? Sneaker? Sehen die aus wie Sneaker? Sind das Sneaker? Nee, so graue Arbeiter. Michael, Antwort! Sind das Sneaker? Ich hab ne Waffe. Ich hab ne AR. Was für ne Waffe, was für ne Waffe? Eine AR. Eine, die schießen kann. Eine, die schießen kann, super. Eine AR. Also keine Machete. Eine AR, nice. Hast du auch einen Muni? Ja. Okay. Wir gehen nach Osten. Äh, Westen. Westen. Mir nach. Ist das immer ein bisschen verwirrt heute? Ja, falls jemand hier vorbeikommt, der barfuß ist. Oh, Manu, du kleiner Spong. Komm, willst du denn jetzt von hinten abschießen? Äh, nachladen, Zombie. Zombiekiller 2005. Der heißt nicht Zombie. Ich hab schon nachgeladen. Ich bin bereit. Wuh! Ist schon länger als der Durchschnittsrand, oder? Äh, ja. Okay, cool. Aber nur, weil wir keinen gesehen haben. Ja, normalerweise landet man immer... Ja, wir bleiben links. Ein bisschen weiter links. Mara, du weißt, was links ist? Ja, ich lauf da links. Zombie, mit Altgedrücktheiten kann... Zombie... Michael, mit Altgedrücktheiten kannst du dich umgucken, äh, umgucken, obwohl du gerade ausrennst. Das ist der erste Tipp, den ich dir heute gebe. Habe ich nie benutzt. Warte, wo ist die Safe Zone? Wir gewinnen das jetzt. Okay, wir sind an der Safe Zone. Wir sind so gut, krass, alter. Also, wenn wir jetzt erster werden... Dann... Liegt's an mir. Mach ich nie mehr ein Video. Okay. Oh, da ist Party, das bin ich nicht. Da gehen wir hin. Die machen wir lang, die machen wir lang. Michael. Oh, was? Smog, Smog, Smog. Jaja, nein, 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 nein. Das ist eine Gasgranate, oder? Nein, smoke, das smoke, das smoke. Oh, von hier. Ja? Okay, ja. Na, aber das ist auch für eine Fläche, ne? Ich habe ja nur eine Schrot, ich bin Nahkämpfer. Ich bin Berserker. Okay. Ich seh nie... Ah, da, doch, doch. Ich hab sein Rücken gesehen. Vor uns. Warte, warte auf uns, warte auf uns. Ja, ich warte. Er ist da rein, er ist rein. Warte auf uns, ganz entspannt. Michael hat auch da, er... Ich glaube, er ist alleine. Wo ist er rein? Ja, hier rein. Hier links um die Ecke? Ja, er war jetzt da, wo wir waren. Vielleicht ist er da links rein, wo wir die Tür offen gelassen haben. Ja, wie dumm. Oder ist er hier weiter? Nein! Ich seh ihn! Hinter euch! Hinter euch! Hinter euch! Nein! Fuck! Ich lebe noch! Was? Nein! Hab einen, hab einen! Ah, ich bin tot! Ich lebe noch! Ich lebe! Da kommt einer! Zwei! Zwei! Hab einen, hab einen! Hab einen, ja! Ich bin tot. Okay, geile Runde. Jetzt gewinnen wir die Runde, Leute. Äh, ich sterbe. Hinter mir ist auch noch einer. Ich bin tot. Ich versuch mal wieder zu euch zu kommen, aber ich seh euch halt nicht mehr. Ich bin schon tot. Pack, Mann! Ich hab einen fast gekriegt, ich bin tot. Ihr seid beide tot? Jetzt gewinnen wir die Runde, Leute. Ja, haha. Ich bin reingerannt, hab ich die Pistole bekommen. Ja, aber warum hast du das gekriegt? Oh, fuck! Haha! Headshot, du Sau! Haha! Headshot, du Sau! Okay, ich renne jetzt einfach nur offen rum und versuch irgendwie ein bisschen zu falten hier. Bisschen Aim zu trainieren, nicht wahr? Brauchst du doch gar nicht. Danke, Manu. Hallo! Hallo, sind hier welche? Hand of Buts am Apparat. Kommen sie bitte raus. Hallo! Ich bin allein. Ich möchte gern sterben. Junge! Max! Ja! Ja! Max, wo bist du? Lol! Komm her, komm her, komm her! Ich schieße nicht auf dich! Ey, ich schieße nicht auf dich! Nein! Oh, lol! Hier waren Abonnenten! Max! Was? Und die haben... Oh, nein! Max! Ja! Hört ihr mich? Ja, ich liebe dich! Ja, ich höre euch auch! Aber warum habt ihr mich umgebracht? Du wolltest es? Nein! Was? Oh, Mann! Bitte deabonniert mich, ihr Arschlöcher! Ja! Ja! Okay, lad's bitte hoch, damit ich den Beweis hab! Ja, mach ich! Okay, tschau! Bis! Was war denn los? Er zeigt nur den Mittelfinger! So! Unter uns einfach gerade runter zum Wendekreis! Ja! Wir versuchen direkt am Kreis zu landen, in der Spitze! Oh! Oh Gott! Ich lande! Ich bin landet! Ich lande falsch! Ich geh mal hier rein! Ich hab ne Spielzeugkuh! Was? Die lag hier am Boden! Spielzeugkuh! So! Wir haben alle Zeit der Welt! Wir durchsuchen erstmal alle Häuser für Schutzwesten! Medikids! Ich guck mal nach nem Auto! Gibt's hier kein Auto in diesem ganzen... Ich hätt voll gern Auto! Äh, wo ist denn die Safe Zone? Ach, wir sind drinnen! Das ist ja angenehm! Dann gehen wir nach Ranchito, oder? Ja, ist doch hier schön gemütlich! Schön geinnern! Idyllisch! Ja, schon Platz 60! Oh, easy! Oder 30! Ohne was zu machen! Ja, Safe Zone! Wir können eigentlich chillen, aber wir wollen ja Action nicht, oder? Können wir auch auf irgend so ein Dach gehen oder so? Ja, können wir machen! Das fände ich auch cool, ja! Dann machen wir das! So! Okay! Hier müsste man noch irgendwen sehen! Dann ist ein Auto! Oder? Nee, ist nur ne Lampe! Gut! Okay! Wenn jetzt einer ne Sniper hat... Eigentlich müssten wir auf ein anderes Dach, weil... Obwohl... Ja, das ist halt auch an der Stadt, weil... Das Gas könnte eventuell dieses Dach noch einnehmen! Dann hätten wir ein Problem! Kann denn die Map so lesen? Vor allem, man hört ja nicht mal Schüsse! Also hier ist ja gar nichts los! Ja! Sind wir in der richtigen Stadt? Alter! Aber nichts los! Hallo! Hallo! Nicht mal ein Auto auf der Entfernung! Das ist schon... Oh shit! Die Weisheit zum Sicherheitsbereich, der auf deiner Karte markiert ist! Sagt es mir gerade? Ja, dann komm! Wir müssen rufen! Ja, wir müssen raus! Äh, nach Nordwesten! Also nicht unbedingt jetzt, aber ist besser! Alter! Fall runter, tot! Ich habe ein bisschen Schaden bekommen, du! Da ist ein Auto! So! 凌ط! Ey, da sind die ausиков- ...ist hier dann in der Nähe? Ne, hier ist alles zu! So, könnte ihr hier rein? Reinmachen? Ja! Wie geil! Das war unerwartet! Also der Plan ist immer... Man versucht, welche umzufahren. Kurz davor auszusteigen und irgendwie hinter einem Stein zu finden oder so. Oder halt direkt dann zu schießen, während die noch so auf ein Auto achten. Das ist der Plan. Hat dein schon einmal funktioniert? Ja! Am Anfang! In den ersten Runden! Ja, gegen uns wurde er es sehr oft verwendet! Wir können mal gucken, ob wir so ein Paket irgendwie... Da hinten ist einer, links, links, links. Ich seh' ihn, ich schieß' aber nicht. Das sind drei. Wir gehen auf die Hinteren. Ja, okay, okay. Schieß, 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 schieß. Ich hab' ihn einmal, sein Helm ist weg. Ich steck' aus. Ich bin so ein Trottel. Ich bin einfach ausgestiegen. Aber er hat mich fertig... ...nachgeladen. Das war komplett boosted, alles. Du musst sagen, wenn du aussteigen willst. Ja, es war richtig dumm und spontan. Ich stand halt in den... Wir waren grad in den drin. Und ich dachte mir, okay, ich steck' aus und hör' kurz alle. Das ist viel zu lang im Auto. Das ist aber so weitergefahren mit mir. Hä? Ich hab' ne Krone! Irgendwer stöhnt hier rum. Ich hab' ne Krone! Ich hab' ne Krone! Bringt die dir was? Keine Ahnung, hier hat jemand ne Krone fallen gelassen oder so. Ich hab' ne Krone, Alter! Jo! Ich will deine Krone sehen! Alter! Der König! Ich bin der König! Knie nieder, du Lappen! Jetzt hau' ich dir in die Fresse, Junge! Okay! Äh... Was ist denn unter uns? Gar nichts! Am Fluss? Am Fluss? Diese drei kleinen Häuser auf dem Berg, ne? Siehst du das Zombie? Drei kleine Häuser auf dem Berg? Oder vier? Ach da, ja! Ja! Sind das Holz? Ne, das sind einfach nur Autos! Ne, das sind Wohnwagen! Oh, da können Autos, ja! Oh, ne Piste, nice! Bist du bei mir gelandet? Ne! Ich bin hier in so nem Wohnwagen gelandet! Oh man, das ist wieder komplett! Ich bin bei... Wie sieht man das nochmal? Welche Zone man ist? Ach, D6 bin ich! Ich bin, äh, D6! Ja, wir sind genau beim selben! Ich komm' zu irgendwem gelaufen! Ja, D6 musst du! Ah, hallo! Ah, das bist du? Ja, hallo! Herr, aber dann muss Manuel ja auch hin! Ja, wo seid ihr denn dann? Hallo mein König, hast du die Krone noch? Wir sind D6, wie dem auch sei! Wir gehen nach Osten in die Stadt! Pleasant Valley! Ich könnte jetzt Zombie auch einfach ins Gesicht schießen! Mach das mal! Oh, bist du hässlich! Oh, hat er recht! Alter! Diagnose? Hurensohn! Ich hab Schüsse gehört! Ja, ich seh euch! Ja, da! Ah, genau, richtig! Äh, Zombie, hast du mir jetzt ja auch gesagt? Oh, hier ist einer gestorben! Nee, aber du kannst nicht gucken, oder? Ja, dann, dann, äh, hier nimm! Bei mir, bei mir, bei mir! Okay, ähm! Achso, du! Achso, Entschuldigung! Ja, keine Ahnung! Weißt du, der Pink und Rot hier am rumlaufen! Ja, hier war Action in der Stadt! Da hinten ist ein Auto! Echt? Da sind zwei Autos! Links! Scheiße, ich bin nicht bei euch! Ich muss weg! Leute! Ich muss hier weg! Oh, ich seh einen! Sie wollen mich wahrscheinlich ficken! Ich seh einen! Oh Gott, ich komm von der Seite! Ich komm einfach von der Seite! Ja! Ich seh da hinten auch einen! Ich seh da hinten auch einen! Warte, ich treff einfach nichts! Recht von uns! Ich hab nichts getroffen! Hast du da gerade wirklich nicht einen einzigen Schuss getroffen? Pfff! I don't know! Hast du überhaupt schon mal was getroffen? Ja! Wann hast du das letzte Mal einen Kill gemacht? I don't know! Hast du mal an deine Zuschauer gedacht? Willst du nicht mal ein bisschen trainieren? I don't even need to! I don't want to! And I don't need to! Weißt du, wie entspannend ist das so? Wenn du nicht abliefern willst? Und hier einen auf bockig machst? Dann gibt's doch auf hier die Todesstrafe! Wie findest du denn das, ne? Weißt du, wenn du keine Waffe hast und mit den Fäusten so in den Kampf musst? Dann ist das was anderes! Aber wenn du schon eine Waffe in der Hand hast und du kriegst es nicht geschissen! Einen Gegner zu treffen! Geschweige denn zu töten! Da tilte ich komplett bis zum Jupiter! Geil, ich hab ein Renegade Crate unlocked! Open! Ey, du willst doch item sein! Boah, übelst ein Graffiti Hoodie, alter! Wow! Geil! Das muss ich sofort ausrüsten! Du musst deine Kisten mit Waffen aufschießen? Nein! Oh, schade! Ja, ja! Nicht lustig! Was machst du da? Wie auf dem Pausenhof! Ich entspann mich vor der Runde! Okay, direkt unter uns die längliche Bahn! Ja! Zum grauen Klumpen! Ne, die roten Gebäude, okay? Oh lord, ich bin genau vor der Tür gelandet! Scheiße! Ich hab ne AK, der Junge wird sterben! Nein, neben mir ist direkt einer gespawnt! Boxt den! Geh, geh zur Seite! Nein, ich boxt den! Okay, der läuft da! Der blutet, der blutet! Ich hab ne Piste! Er ist hinter dem Auto! Er duckt sich einfach nur! Richt ihn hin! Da drin ist einer! Der hat eine Waffe! Ich hab ihn! Pass auf! Da drin ist einer mit der Pistole! Ja, der hat eine Pistole! Ich hab auch ne Piste, meinst du mich? Verbinde mich! Ich hab einen Schuss vielleicht für die Achterkopf! Okay, ich hab auch zwei Waffen! Ich hab zwei! Nein! Der hat mir nen Headshot gegeben! Als ob! Alter, ich box den! Warte, du hast keine Chance! Leute, ich rette euch! Ja! Ich bin tot! Alter, wie du weggeklappt bist! Jetzt komm ich! Jetzt komm ich! Ich hab zwei weggemacht! Hab ihn! Nice! Hä? Und das ist jetzt der letzte da? Oh Gott! Ich glaub hinter mir ist auch noch einer! Runde zu Ende! Ne, 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 eben nicht! Ich lebe doch noch! Ja, ich setz jetzt meine Elo Brille auf! Jetzt reicht's! Ja, zieh den Pulli an! Ach ja! Danke! Eperience! Gear! Weißt du, die machen ja einfach besser diese Kleidungsstücke! Wie krass ich bin! Hä? Group. You placed? Group defeat exit button? What? Hä? Ich hab irgendeine Fehlermeldung! Also... Ich kann nix machen! Hört ihr mich? Hallo? Ja, ja! Hä? Was ist dat denn, alter? Oh nein! Manu, jetzt übertreibt's nicht! Warte! Ah, jetzt funktionieren auch die Gesten bei mir! Da bist du! Alter! Bist du geil! Ich hab nen Hoodie! Ja! Hallo! Nur da gibt's so scheiß Hoodies! Ich bin wieder auf euch! Oder Kick! Ich surf auf euch! Alter! Mal, du kannst mal aufhören nackt über uns rüber zu schrubbeln hier! Ey, das ist so geil! Musst du auch mal machen! LOL! Was mach ich denn? Ich mach nen Tee! Ich mach nen Tee! Hä? So! So! Äh, unter uns ist blaue Haus! Blau-weiße Haus! Ja! Okay! Boah, ich bin schön gelandet! Dreck neben dir bin ich! Ich bin... Ich bin... Alle drei hier drin! Ja! Ich hab ne AK! Ich hab ne AK! Ah, hier ist der AR! Ich hab die AR! Ja komm! Ist das dein fahrbares Auto? Ja, lass sie raus! Ja! Lass sie raus! Muss es! Ja! Echt? Da sind aber bestimmt Leute drin! Sind die Türen offen? Ne, komm wie sauber das da geparkt ist! Ne, ne! Ahja! Okay! Zack! Wir drin! Ja, wir könnten uns eigentlich noch ein bisschen mehr equipen, aber wir fahren erstmal in den Schutzkreis, oder? Ja! Ja, ja! Sind wir denn da? Oh! Gegenüber, komm Auto! Gegenüber, komm Auto! Ah, ich seh's! Schießen ab auf dem Fahrrad! Ja, ich kann nicht! Muss drehen, muss drehen, okay! Bullet Drop musst du machen! Wir können uns gegenseitig anschießen, oder? Das weiß ich nicht! Im Auto keine Ahnung! Also ich heimlich mal! Ich hab nämlich nur 90 D! Ich will den Kopf schießen, nämlich so heimlich! Okay! Wir fahren in die Stadt! Das ist eine sehr große Stadt! Da werden viele Gegner sein! Da ist ein Auto? Da ist ein Auto! Ja, aber warte mit dem Schießen! Vielleicht haben wir uns doch nicht gesehen! Nee, nee, die werden da jetzt um die Ecke warten! Oh, ja, 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 ja! Nee, die sind weiter reingefahren in die Stadt! Ja, ja, die sind in den Gang rein! Pass auf, hier können sie kommen! Hier wollen wir mal überfahren! Da sind sie! Da fahren! Okay, wollen wir fighten? Ja, nee, da hinten rennen, welcher auf der Straße ist, noch geiler! Da, ja, ach so! Ach du heimlich! Tief ihn ab! Hab einen! Nein, hinter euch! Hinter euch! Ich kann nicht aussteigen! Ich konnte auch nicht aussteigen! Warum kann ich nicht aussteigen? Weil du... Ja, von hinten kam noch einer! Ja, sag ich doch! Nein! Ich weiß warum! Weil wir nachgeladen haben! Da kann man nicht aussteigen! Ja, kann man nicht unterbrechen! Des Spiel!